Rote Rosen Jung-Wangs Mutter riet ihr von der Schauspielerei ab. Rote Rosen News im Galatiker, Jung-Wang setzt sich für mehr Diversität in der TV-Branche ein plus Lara Isabel Renting freut sich auf neue Herausforderungen in ihrer Rolle als Amelie Fehrmann. Rote Rosen 2021, alle News im Überblick. Jung-Wang setzt sich für mehr Diversität in der TV-Branche und darüber hinaus ein. Jung-Wang, 30, verkörpert in der Telenovela Rote Rosen die Ellen Reichert. Die Darstellerin hielt immer in ihrem Traum der Schauspielerei fest, und das, obwohl sie als Kind kaum Zuspruch erhielt. Am 18. Mai 2021, dem Tag der Diversität, berichtet sie offen von ihrer Erfahrung, ihrem eigenen Blick für die Vielfalt im TV und was sich alles noch verändern muss. Jung-Wang ruft auf Instagram ihre Community dazu auf, die Medien zu hinterfragen. Es ist auch Anlass, um Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken. Die Medien, die öffentlich-rechtlichen Sender tun sie genug, um unsere Gesellschaft in all ihrer Vielfalt darzustellen. Sieg. So die Schauspielerin. Denn sie selbst sah die asiatische Kultur und asiatische Schauspieler, ihnen lange nicht im deutschen Fernsehen vertreten. Als Kind fasst wir sie den Entschluss, Darstellerin zu werden. Doch als sie ihrer Mutter davon berichtete, fiel deren Reaktion alles andere als positiv aus. Kind, schau dich um im Fernsehen. Es gibt niemanden, die so aussieht wie du, Sieg. Du wirst keine Arbeit finden, es gibt keine Rollen für dich, gibt sie die Worte ihrer Mutter wieder. Für Jung-Wang ein harter Schlag. Ich habe mich in meinem eigenen Land nicht als Teil der Gesellschaft gefühlt. Dennoch hielt die heute 30-Jährige an ihrem Traum fest und schaffte es, in der Medienlandschaft Fuß zu fassen. Doch Diversität im TV ist für sie noch lange nicht angekommen. Es verändert sich vieles. Es verändert sich vielleicht nicht schnell genug und es müsste sich noch sehr, sehr viel tun. Für die Ellen-Darstellerin ist ihre eigene Karriere nur ein kleiner Schritt, doch auch dieser kann etwas bewirken. Mein Wunsch ist, dass wenn jetzt ein kleines asiatisches Mädchen den Fernseher einmacht und meine Rolle Ellen sieht, dass die denkt, oh, das könnte ich sein.